Das willst du doch nicht wirklich hören. Ja, tu so, als wäre ich aus deiner Reisegruppe. Der Fleischesser ist ein Hitzkopf. Ungeduldig, aggressiv, sehr emotional, aber dumm. Der Fischesser, der ist sehr vernünftig. Dann bist du leider kein Fischesser. Der Fischesser ist dem Fleischesser in allen Belangen überlegen. Er kalkuliert das Risiko, ist ausgewogen und tolerant. Besonders, wenn er zum Fisch ein Bier getrunken hat. Und sowas sagst du den Touristen? Die machen eine weite Reise, um zu erfahren, was für Menschen diese Stadt gebaut haben. Der Hamburger ist, im Grunde seines Herzens, ein Fischmänn. Das klingt ja grauenhaft. Mein Herz gleicht ganz dem Meer, mit Sturm und Ebb und Flut und manche schöne Perle in seiner Tiefe hund. Von mir ist das? Von mir. Für dich. Musst du nach Hause oder bleibst du heute Nacht bei mir? Uli? 32,50. Woher Fechner? Meine Frau. Mhm. Ich. Muss ich schon breiten. Ich soll da rein? Nein, nein, nein. Nein, nein. Sie wollten her, ich hab Sie gefahren. Ich will mein Geld und Sie bezahlen mich. Genauso wollen wir das jetzt machen, okay? Ich kann aber nicht wahr sein. Verarschen kann ich mich selber. Bitte. Aber nicht abhauen. Es geht um meine Hausarbeit. Entschuldigen Sie, ich suche Nora Fechner. Ich hoffe, es gibt Ihnen eine Frau mit so einem Namen. Frau Fechner hat ein paar Tage Urlaub. Ich vertrete Sie. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nee. Also, ich... Kommen Sie mal mit. Okay, danke. Vielen Dank. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!